Liebe Sophie, die erste Frage an dich. Buch oder Film? Definitiv, definitiv das Buch. Bestes Beispiel Harry Potter, aber eigentlich fast immer. Maria, welche Kultureinrichtung in Freiburg magst du besonders? Das E-Werk, weil einfach so viel los ist, weil sie spannende Veranstaltungen machen, aber vor allen Dingen natürlich das Theater. Ich liebe die Oper. Am 26. Mai werde ich offensichtlich wählen gehen und natürlich vorher so viele Leute wie möglich davon überzeugen, auch wählen zu gehen. Maria, was bedeutet Europa für dich? Europa bedeutet für mich 70 Jahre keinen Krieg. Europa bedeutet für mich einfach, ja ein ganz anderes Verhältnis zu haben zu anderen Ländern, wie meine Eltern das hatten, die sich so gefreut haben, dass sie frei reisen können. Das ist für uns selbstverständlich und Europa bedeutet mich einfach auch ganz viele verschiedenen Kulturen. Ich bin begeistert von Europa. Liebe Sophie, noch eine Frage für dich. Moment. Robert Habeck oder Annalena Baerbock. Da muss ich sagen, Robert Habeck, aber nicht, weil er der gehandelte Hottie der Politik ist, sondern weil er wie ich Schleswig-Holsteiner ist. Nächste Frage an dich, Maria. Was isst du am liebsten? Ich esse am liebsten Fisch. Ist ja hier in Freiburg ein bisschen schwierig, aber wir haben mittlerweile einen ganz dollen Fischhändler und ich stehe auf Fisch wahrscheinlich, weil ich so gern in Portugal in Urlaub war und die Leute leben von frischem Fisch. In Portugal gibt es keinen Fisch mit Soße. Das gibt es nur in Spanien. Die Portugiesen, wenn die Soße an einem Fisch sehen, dann sagen sie, wie ist der Fisch schlecht? Braucht er Soße? Ja. 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 Ja.